Hohe Qualität und eine große Innovationsfreude sind Garant für Erfolg im touristischen Geschäft. Wir sind sehr stolz darauf, als Landestourismusverband Sachsen, dass die Fangemeinde der Qualitätscoaches in Sachsen bereits mehr als 2300 ausgebildete Qualitätscoaches umfasst. Natürlich sind wir noch lange nicht am Ende des Weges angekommen. Deswegen wollen wir noch mehr Unternehmen begeistern, diesen Weg innerhalb der Servicequalitätsinitiative Deutschland mit uns gemeinsam zu beschreiten. Denn letztendlich entscheidet der Gast, welche Qualitätsangebote er annimmt und bucht. Freundliches und kompetentes Personal sind das Aushängeschild, sind die Visitenkarte eines jeden touristischen Betriebes. Aber ausgebildetes Personal fällt nicht vom Himmel. Deswegen müssen wir gemeinsam mit den Leistungsträgern, den Fachverbänden, mehr in die Ausbildung und Weiterbildung des Personals investieren. Außerdem müssen wir junge Leute begeistern, Berufsausbildung in touristischen Betrieben zu beginnen. Diese Aufgabe stellt sich der Landestourismusverband Sachsen gemeinsam mit seinen Partnern an. Schön, einer neuen Welt befindet sich. Ganz nämangs im Job zu hoch, wenn eine Maria im Verbänden gesammelt ist, mit den Anrufen sich mit den Ouvert contributionen verschiedenen Betriebeschlossen.